Werte Damen, werte Herren, liebe Freunde, ich habe hier ein Produkt, welches schon zu Zeiten des gelben Kaisers bekannt war und für die kaiserliche Familie hinsichtlich ihrer Gesunderhaltung ein ganz wertvolles Kleinod. Sein Gegenwert wurde mit Gold aufgewogen. Es ist Cordyceps, welches im tibetischen Hochland auf ca. 3500 Meter Höhe wächst. Sie müssen nicht ihren nächsten Urlaub dazu nutzen, um Cordyceps zu suchen. Dieses gibt es käuflich zu erwerben bei Tienz. Cordyceps ist reich an Nährstoffen mit biologisch aktiven Komponenten und breiten, prophylaktischen und gesundheitsfördernden Effekten. Ein Hund hatte mich gebissen. Ich nahm Cordyceps. Und Chitosan. Chitosan wird aus den Schalen der Rotfußkrabbe gewonnen, welches das biologische Gleichgewicht durch Reinigung und Regulierung des Stoffwechselprozesses unterstützt. Zink, dritte Tienz-Produkt, half mir, mein Wohlbefinden nach dem Hundebiss ohne weitere Hilfe wiederherzustellen. Es ist показывraktiv, mensachlä weigh, mein Wohlbefinden nach dem Hundebiss... Mit der Jungs alumnus verschلبieren? 219 A. K. 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 Eанийepinger.